Hallo und herzlich willkommen. In dem Video möchte ich euch einmal die TWS vorstellen und die verschiedenen Orderarten zeigen, wie man die reinklickt. Und das hatte ich euch ja beim Seminar versprochen, dass ich euch das mal zeige. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr seht hier meine TWS, so ein bisschen verkleinert und so ein bisschen hier, weil ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass man halt die Positionen sieht oder so. Vor allem auch bei der Trading Weltmeisterschaft, weil ich ja in dem einen oder anderen Trade drinne bin. Möchte ich nicht unbedingt, dass man es sieht, aber ist ja auch gar nicht wichtig. Wir brauchen es gar nicht. Ihr seht, das ist halt von heute. Aber wenn ihr irgendeinen Trade aufmachen wollt, dann könnt ihr hier das Kürzel eingeben. Wenn ihr zum Beispiel Währungstrates sucht, dann müsstet ihr EUR, also EUR, eingeben und nicht 6E oder sowas, selbst wenn ihr den Future handelt. Wir klicken jetzt einfach mal was hier rein. Die Abkürzung, sagen wir mal Fiederkettel wäre jetzt für uns interessant und dann drücken wir Enter. Dann öffnet sich ein neues Fenster und zwar sucht ihr jetzt alles mit GF raus. Ihr seht das leider nicht, das ist auf dem anderen Bildschirm. Ich kann es auch nicht runterschieben, aber da klickt ihr dann auf Futures oder je nachdem, was ihr natürlich machen wollt. Und dann können wir den Kontrakt auswählen. Machen wir einfach mal irgendwas, ist ja total egal. Dann öffnet sich hier das Fenster. Entweder ihr stellt das hier separat ein, was aber noch ein bisschen eleganter ist. Ihr macht hier einen Rechtsklick und drückt zum Beispiel auf Kaufen und dann öffnet sich dieses Fenster hier und da, finde ich, kann man das immer ganz schön eingeben. Je nachdem, ob ihr verkaufen oder kaufen möchtet, könnt ihr dann hier die Kontraktanzahl eingeben. Ihr könnt hier den Ordertyp eingeben. Wollen wir denn Market einsteigen oder wollen wir vielleicht mit einer Limit Order in den Trade reinkommen oder wollen wir einen Stop legen. Ganz wichtig, bei dem Stop muss der Haken hier drin sein, weil die Order soll ja zu jeder Handelszeit ausgeführt werden. Das ist ganz wichtig, der Haken muss hier rein. Das könnt ihr unter Voreinstellungen, Futures und dann den Haken klicken, dass die Stops auch außerhalb der Handelszeiten angeklickt werden. Das ist ganz wichtig. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier eine Limit Order, dann geben wir einfach den Limit Preis ein. Alles um den aktuellen Preis wird angegeben. Ihr könnt hier hoch und runter scrollen und dann könnt ihr das Ganze übermitteln. So einfach ist es eigentlich schon. Also machen wir mal irgendwas, was jetzt sehr unrealistisch ist, sodass wir jetzt nicht unbedingt ausgeführt werden. Oder gut, ist ja eigentlich egal, ich muss die Order ja nicht reinklicken. Aber ihr könnt dann das Ganze hier angeben und klickt die Order hier ein. Das war es eigentlich auch schon. Relativ simpel. Ihr könnt natürlich hier noch Conditional Orders eingeben oder verschiedene Sachen hier einstellen. Ich für mich mache das ganz easy. Ich nehme Market Orders, Limit Orders und Stop Orders. Also die obersten drei. Alle anderen Orderarten verwende ich gar nicht. Und wenn ihr eine Order eingegeben habt, könnt ihr die natürlich hier auch stornieren. Und ja, eigentlich relativ easy. Und natürlich hier mit Rechtsklick könnt ihr die Order auch nochmal bearbeiten. Und dann kommt ihr wieder in dieses Feld von oben und könnt alles weitere dort eingeben. Das war es eigentlich. Relativ simpel. Mehr muss man eigentlich schon fast gar nicht über die TWS wissen. Also die ist ja sehr, sehr umfangreich. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger, na gut, das ist fast das Einzige, würde ich nicht sagen, so ganz so wenig ist es auch nicht. Aber das reicht eigentlich schon völlig aus, um die Trades einzugehen. Aber das ist ja sehr, 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 sehr. Aber das ist ja sehr, 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 sehr.